Das ist die Familie Hausberger. Vor drei Wochen haben sie Nachwuchs bekommen, aber bei aller Freude über die kleine Leonie wissen sie auch, die zweieinhalb Zimmer Wohnung wird jetzt bald zu klein. Die Hausbergers haben immer schon vom eigenen Haus geträumt, aber bis jetzt dachten sie, sie könnten sich das nicht leisten. Liebe Familie Hausberger, dürfen wir uns vorstellen? Wir sind die GED Wohnbau. Seit 2007 ermöglichen wir Familien ihr Wohlfühlhaus auf eigenem Grund und Boden. Dabei bauen wir in Massivholz und in Niedrigstenergiebauweise. Das schont dank der extrem geringen Energiekosten nicht nur den Geldbeutel, sondern auch die Umwelt. Natürlich wissen wir, dass der Weg dahin viele Fragen aufwirft. Und darum gibt's bei uns als Antwort darauf einen ganz klaren Prozess. Am Anfang wäre da die Besichtigung. Kontaktieren sie uns zur Terminvereinbarung gerne persönlich. Da sich die zu verkaufenden Häuser häufig schon im Bau befinden, treffen wir uns je nach Fortschritt direkt auf der Baustelle oder bei einem Musterhaus. Haben sie konkretes Interesse an einem der Häuser, wird es Zeit für ein ausführliches Beratungsgespräch. Hier schauen wir, welche Möglichkeiten der Individualisierung es gibt und wie diese umsetzbar sind. Danach geht es auch schon ans Eingemachte. Unsere erfahrenen Verkaufsexperten erstellen mit ihnen gemeinsam einen maßgeschneiderten Finanzierungsplan, der zu ihrem Budget passt. Sobald dieser steht, heißt es, Kaufanbot abgeben und Finanzierung einreichen. Auch um die Wohnbauförderung muss sich an dieser Stelle gekümmert werden. Aber keine Sorge, sie versorgen uns nur mit den Informationen. Die Feinarbeit übernehmen wir. Die Finanzierungszusage der Bank ist dann quasi wie der Grundstein fürs eigene Haus. Jetzt steht der Verwirklichung ihres Traums nichts mehr im Weg. Die Anbotsannahme durch uns erfolgt nach der Freigabe der Bank. Anschließend setzen wir den Kaufvertrag auf, während sich die Bank um den Kreditvertrag kümmert. Alles, was wir jetzt noch von ihnen brauchen, sind ein paar Unterschriften. Der gesamte Kaufvorgang wird dabei von einem Treuhänder abgewickelt. Ist die Bauphase abgeschlossen, prüft ein unabhängiger externer Gutachter das Ergebnis. Erst nachdem er sich davon überzeugt hat, dass alles dem Vertrag nach ordnungsgemäß fertiggestellt wurde, erhalten wir den Kaufpreis vom Treuhänder. Und dann ist es soweit. Ihr Wohlfühlhaus ist bezugsfertig. Und weil wir für die Qualität unserer Häuser die Hand ins Feuer legen, wird ihre erste Ratenzahlung auch erst bei der feierlichen Schlüsselübergabe fällig. Damit bleibt uns eigentlich nur noch, Ihnen viele glückliche Jahre im eigenen Wohlfühlhaus zu wünschen. Also, auf die Plätze, fertig, einziehen!